Ich habe jetzt gerade noch einen Nudge-Mod bei dem entdeckt. Wenn die Tür ab einem gewissen Zeitpunkt blockiert, dann geht die Tür automatisch zu. Hier fahren gerade aber viele Autos. Guck mal, wie verdreckt auch der ist. Bleib mal extra hier stehen, damit... ...können wir noch den Schacht sehen. Ich passe natürlich jetzt auch auf. Guck da, es steht aber nicht mit vorsichtig sein. Also, dass der Aufstieg immer funktioniert, der schläft auf einem Fall irgendwo. Mal gucken, ob die Tür jetzt gleich zugeht oder nicht. 23 steht der TÜV. Naja, jetzt hat er keine Lust. Naja, egal, der hat auf jeden Fall einen Energiesparmodus. Guckt jetzt! Guckt, kann man nicht mehr... Doch, es geht, aber guck mal, wie langsam das ging. Vorhin war ich in der Lichtschranke. Die Tür ging nicht mehr auf. Die ist einfach zugefallen. Guckt, wie ihr sehen könnt. Ist anscheinend wirklich ein Nudge-Mod oder so. Und ciao!